Die Verriegelung iTag Secure bietet optimalen Schutz für Ihr Eigenheim. Der patentierte Klappenmechanismus macht ein Aushebeln des Fensters unmöglich und schützt Ihre Wertsachen vor langen Fingern. Integrierte Klappen drücken beim Verriegeln an allen Seiten in das Rahmeninnere und bieten so maximalen Einbruchschutz sogar bis zur Sicherheitsklasse RC3. Keine sichtbaren Schließteile und glatte Oberflächen am Fensterrahmen bieten eine sehr schöne Optik. Auch die Reinigung und Pflege ist damit ein Kinderspiel. Da macht das Fensterreinigen auch Freude. Mehr Sicherheit, mehr Wohnkomfort.